hey leute willkommen wieder bei mir gerade habe ich ein video kartonkuchen geladen geschnitten und wieder gepackt oh mein gott das licht ist hier meine cousine und ich machen jetzt gerade eine challenge also wir haben so eine packung apfel und minze minze hat doch wirklich jeder minze ist doch scheiße und wir machen eine challenge das ist mit menschen und ich bin hier nur kurz für besuch ja meine mama ist nicht da und wir machen challenge meine oma ist auch da bad schläft und mit einer cousine sie kann ich werde damit ihr auf polnisch kommunizieren und ich würde dann das auch übersetzen also ja das ist das schlimmste was ich jemals gemacht habe ich hasse minze über alles naja minzbonbons sind schon gut aber minz minze was zum trinken oh mein gott das ist so schlimm so ein riesen pack mit apfel und minze minze das schlimmste was gibt und ich will ich verdünne es noch mit wasser und die trinken die trinken wir müssen noch ein bisschen mit wasser wir müssen noch ein bisschen mit wasser troche gut tacken muss tut er das liebende ein bisschen wasser das stinkt schon unheimlich nach minze also jetzt haben wir das schlimmste vor uns bei drei machen ohne pause für mit zu trinken das ist das schlimmste was wir jetzt machen sie kein bisschen deutsch das paus ich konnte alles sie ist gleich an zu heulen weil es so scheiße ist und ich ist zehn mein hund nicht meinen unseren unser holster wir haben noch ein laborator also es gibt es und der andere ist alles das bei laborator sie sind beide gleich kumpel kumpel ist auch da es ist irgend so ein name und ja mein ok 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 k practiced ok 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 Ich bin jetzt ein bisschen weg! Jetzt haben wir ein paar Küche ab. Jetzt kann ich noch gerne. Nehm, dass du dich ein paar Küche ist! Und du hast du zuerst heads! Und du hast du rechtes K?? Ich habe mit den K. Das waren wir nicht alles! Aber ich habe auch mit den Klaas! 1, 2, 3 Was soll das sein? wird das wohl ein kleines Mein Kollege habe ihn nicht auf dich Weißt du was? Wollt du dich? Wollt du dich nicht auf dich? Wollt du dich nicht auf dich? Oh mein Gott, das ist so... Mh! Ich würde sagen, das ist Wotke. Willst du sagen, das ist Wotke? Ich schaff das nicht. Oh, sie hat noch nicht mehr alles ausgetrunken. Ich habe alles ausgetrunken und ich habe es geschafft. Aber ich habe Pops gespuckt, das ist ekelhaft. Oh mein Gott. Apfel ist schon schlimm, äh, Apfel ist gut. Aber noch Minze, das ist euer Ernst. Nein. Nein. Ich werde ich jetzt eben noch etwas, noch ein bisschen, aber noch mehr tun muss. Und ich habe noch damit, dass ich mir ein... Nein. Ja. Ein Wotkopf. Ich würde es mir nicht interessieren. Ich würde auf den Weg gehen. Ich würde es mir nur noch eins machen. Ich würde es nach ganzer Wotkopf machen! Was würde ich mal sein? Es würde ich nichts geben, oder? Das wäre es mir als ich... Wir machen jetzt eine Strafe, weil sie es nicht geschafft hat und ja, den Rest müssen wir Wasser auffüllen und ja, jetzt noch die Strafe. Sie muss eine Minute in das dunkle Klo gehen, das ist so dunkel, da ist kein Licht, doch alles ist schon Licht, aber ja, dunkel. Ich krieg das nicht. Ich krieg das nicht. move mit wasser 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 bis zum warte aber ich k fidere drei mit die okay mit ist wiki miki wik und lecum wik wik Wir werden jetzt kurz mal abschieben uns jetzt kurz mal, ne? Meine Cousine. Meine Cousine. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin von der Kamera. Ne, meine Musik. Sie wird nur heute bei uns schlafen. Holt es. Holt es. Holt es. Holt es. Und ja, wir verabschieden uns, ähm, dann bis zum nächsten Mal, ähm, abonniert meinen Kanal, ähm, sprengt den Daumen nach oben, ähm, wenn noch nicht gemacht habt, bitte abonniert mich. Und schreibt mir in die Kommentare, ähm, Minze versus Apfel. Und dann sucht ihr eins aus, ob ihr besser Minze findet oder besser Apfel. Weil, also ich finde, Apfel ist besser, weil, äh, Minze. Wer mag das schon? Ernsthaft. Wenn ihr das aussuchen müsstet, was würdet ihr dann wählen? Apfel oder Minze? Also, ich bin lieber auf Minze, auf, äh, Apfelseite. Apfel ist das Beste. Ich bin lieber auf Minze. Mein Bruder. Mein Bruder. Kackt hier rein. Und, ja, dann mal bis zum nächsten Mal und... Und, ja, dann mal bis zum nächsten Mal.